Jetzt schauen wir flugs in die Gruppe G. Genauer gesagt zum Tabellenführer, das ist die Auswahl von Bosnien und Herzegowina, weil sie satte 15 Tore mehr erzielt hat als Ex-Europameister Griechenland. Übermorgen könnten die Bosnier zumindest schon mal einen Platz in der Relegation klar machen, sofern sie in der Slowakei den Spieß umdrehen nach der 0 zu 1 Heimniederlage vom Freitag. Noch nie hat das junge Land den Sprung zu einer WM-Endrunde geschafft, war es nicht so sehr verwundert, weil es erst vier Versuche gehabt hat. Anfang 92 hatten die Bosnier ihre Unabhängigkeit von Jugoslawien erklärt. Im folgenden Bosnienkrieg wurde die Hauptstadt Sarajevo, Gastgeberort der Winterspiele von 1984, fast vier Jahre lang belagert. Tausende fanden den Tod. Markus Ham ist in die gebeutelte Stadt gereist und er zeigt, wie auch der Fußball Wunden heilen und ein ganzes Land in Aufbruchsstimmung versetzen kann. Immerhin, die tröstenden Worte kommen von einer Legende, von Predrag Pazic. Er versucht Vedat Ibisevic wieder aufzubauen, die beiden Stuttgarter sozusagen. Am Tag nach der Niederlage gegen die Slowakei. Pazic hat in den 80er Jahren für den VfB gespielt, damals einer der besten überhaupt. Er beobachtet den Fußball in seinem Heimatland immer noch mit größter Aufmerksamkeit. Auch das wichtige Spiel gegen die Slowakei am Freitagabend im restlos ausverkauften Stadion. Die Heimannschaft in Weiß mit gleich sieben Bundesliga-Legionären im Kader. Zu Beginn, so wie eigentlich immer, offensiv und mit großen Möglichkeiten, wie durch Misimovic, früher beim VfL Wolfsburg, mittlerweile in der chinesischen Liga. Kein Spiel haben sie bislang verloren, doch irgendwie will der Ball nicht ins slowakische Tor. Pjanic und Dzeko, ihr Superstar, verpasst. Früher auch in Wolfsburg, jetzt bei Manchester City. Es ist wie verhext. Dabei wollen sie doch endlich einmal zu einem großen Turnier. Das wird natürlich Wahnsinn, besonders für das Land, für die Leute, die alle, also so wie wir Spiele auch, wir alle warten so lange auf eine EM oder WM. Es ist noch nichts verloren. Und jeder weiß, dieser Moment ist so wichtig für unser Volk. Wir haben viele Probleme und noch immer viel Hass in diesem Land. Die Leute wünschen sich einen starken Halt, eine Identifikation. Pasic zeigt uns sein Sarajevo. Hier ist er geboren, hier ist Jugoslawien gestorben. Durch nationalistischen Hass und durch einen verheerenden Krieg. Auf den Friedhöfen gab es keinen Platz mehr. Allein in Sarajevo sind mehr als 10.000 Menschen gefallen. Familienmitglieder, Freunde, viele Fußballer. Als Kind habe ich genau hier gespielt. Das war ein Fußballplatz. Hier ging es immer lustig zu, laute Schreie, Lachen. Wir haben so viel Spaß gehabt. Der Ort der Freude, aber ist jetzt ein Platz von Traurigkeit. Sarajevo, das europäische Jerusalem. Früher haben Pasic und alle anderen hier glücklich und harmonisch zusammengelebt. Bosnien, Kroaten, Serben. Dann kam der Krieg. Anfang der 90er Jahre. Die Narben noch immer unübersehbar. Überall. Dreieinhalb Jahre Sarajevo eingeschlossen, keiner konnte raus. Radovan Karasic, einer der schlimmsten Kriegsverbrecher. Befehlshaber der serbischen Truppen. Pasic kennt ihn gut. Karasic war bei meinem Verein FK Sarajevo Sportpsychologe. In seinen Sitzungen hat er immer von Gemeinschaft, von Teamgeist, von Zusammenhalt gesprochen. Dann kam der Krieg und er hat sich komplett gewandelt. Nur Angst und Hass gesät. Ich kann mir das nicht erklären. Ich werde wohl sterben, bevor ich eine Antwort darauf finde, warum menschlicher Hass so überhand nehmen und wichtig sein kann für jemanden. Pradrak Pasic hat sich dem widersetzt. Auf seine Art. Während des Krieges in Sarajevo eine Fußballschule gegründet. Für alle Kinder, egal welcher Abstammung, in der ehemaligen Olympischen Sporthalle. Draußen haben sie gekämpft, sich gegenseitig umgebracht. Drinnen hat Pasic die Kinder Fußball spielen lassen. Diese Halle war ein Ort, in dem Kinder träumen konnten. Wir haben immer trainiert zusammen. Es tobte der Krieg. Viele der Kinder verloren ihre Väter. Aber sie hatten einen Traum, den vom Fußballprofi. Und sie konnten das andere ein wenig vergessen. Es gab nur eine Vorgabe. Aber immer, wenn wir Granaten gehört haben, sind die Kinder sofort in den Sicherheitstunnel gelaufen und haben dort gewartet. Danach wurde weitergespielt. Pedrak Pasic und seine Fußballschule Bubamara. Rebellion gegen den Krieg. 200 Kinder kommen zum ersten Training. Viele weitere folgen. Die Kinder von damals sind jetzt 25, 26, die Generation des Nationalteams. Zwei von unseren Jungs sind sogar dabei. Es konnten nicht alle Fußballer werden, aber es sind alle positive Menschen geworden, die die Dinge ohne Vorurteile sehen, ohne darüber nachzudenken, was Rasse, Hautfarbe oder Nationalität ist. Auch deswegen schätzen und mögen sie ihn hier, ihren Pajo, wie er genannt wird. Auch Nationaltrainer Susic. Er ist ein einzigartiger Mensch. Er hat so viel für den Fußball in diesem Land getan. Ein Vorbild. Einer, der für die gute Sache kämpft. Das ist eine große Legende in unserem Land. Und ich habe schon ein oder andere Video gesehen und viele, viele gute Sachen über ihn gehört. Pazic und alle anderen erleben jetzt die größte Euphorie, die das Land jemals gesehen hat. WM-Fieber. Stundenlang stehen sie an, wollen alle die Tickets für das Slowakei-Spiel. Alle in den Nationalfarben. Es herrscht Einigkeit im wahrsten Sinne. Sie glauben an sich und an ihr Team, auch wenn es dann nicht so läuft. Die Weißen zerreißen sich. Doch selbst die guten Freistöße vom Hoffenheimer Salijovic bleiben wirkungslos. Pjanic. Kurz vor dem Ende dann der große Schock. Die Außenseiter gehen in Führung durch Pekowski. Ein vom Leverkusener Spahic abgefälschter Ball entscheidet das Spiel. Die Slowakei gewinnt mit 1 zu 0. Zweimal sind sie erst in den Playoffs an großen Turnierteilnahmen gescheitert. Und jetzt, leicht und locker, geht scheinbar nicht nach Brasilien. Ja, wir haben uns viel vorgenommen. Leider verloren, hätten einen Riesen-Schnitt machen können. Ich hoffe, dass wir den Fehler wieder wett machen können in der Slowakei. Also das dürfen wir nicht vergessen. Also wir sind immer Herster und da oben wollen wir auch bleiben. Predrag Pazic sieht es auch noch gelassen. Er erklärt uns, das Team hat jetzt schon so viel für positive Stimmung gesorgt. Und er ist guten Mutes. Die Jungs, die in dem Team spielen, bekommen das hin, da bin ich mir sicher. Sie haben in der Qualifikation gezeigt, worauf es ankommt. Teamgeist, Zusammenhalt. Egal welcher Nationalität. Bei ihnen gibt es keinen Hass. Sie spielen zusammen und wollen gemeinsam gewinnen. Genau so wie heute Mittag um eins in Sarajevo. Da ruft der Muezzin zum Gebet und gleichzeitig erklingen die Glocken. Die Fußballer vermitteln diese Gemeinsamkeit und Einigkeit. Denn darum geht es in Bosnien-Herzegowina. Zusammen zu spielen und zusammen zu leben. Sarajevos Winterspiele liegen fast 30 Jahre zurück. Seit gestern ist klar, dass Tokio nach 56 Jahren wieder die Olympischen Sommerspiele ausrichten.